Wir haben heute Pummel-Party gespielt. Hä, du siehst den Kreis in der Mitte der sich dreht. Player Disconnect, du Loser. Ja, was bin ich denn jetzt schuld? Und wie ihr seht, lief nicht alles nach Plan. Viel Spaß. Ja klar, ein schöner Mal. Ja, noch nirgends. Ey, ich weiß nicht, wie man nach der Hand kommt. Ey, Waffenverstöcke, direkt in der Truhe. Ja, ausgeschmissenes Geld. Eins. Benne, Digga, und du beschwerst dich, Digga. Ich hab mehr Punkte als du hier jetzt. Vier. Hast du mehr Punkte, Player? Ich seh mich da gerade noch auf der Eins. Ich hoffe, ich bekomme eine Atom-Mama. Kann die McRowdy so tief in seinen Arsch schieben? Wie heißt der komische Box-Handschuh? Den will ich. Oh ja, Handschuhe. Och nee. Nein, 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 nein. Jungs, fokust alle Blau. Alle auf Lila, Digga. Na, Blau darf kein Item bekommen, das sind wir gefickt. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Ah, es gibt drei Runden, oder? Oh! Alex. Ah, in die Mitte, Jungs. Oh, was? Nein, Ab-Wichser. Ab-Wichser. Alex und Nottensohn, Digga. Aber du verrechsener Hölle. Fickt dich, geh doch auf den Blauen, du! Junge, du sagst nicht. Die ganze Zeit sagt er, geh auf den Blauen, dann das. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Ach, Mann, ich wollte ein Damage-Item! Oh, jetzt haben wir Honig. Oh, die Aubergine! Die explodiert irgendwann dann in der Nähe von jemandem. Ja, ja. Die hat das scheiß-Control. Ja. Sterben, oder sterben? Hm, 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 hm. Nehmen die Safer-Option. Sterben, Runden. Hi. Hi. Er konnte sich aussuchen, Digga. Jo, du wolltest dir doch mal einen Schlüssel abgeben, Digga. Ah, ist ja so. Wir haben Schlüssel drüber gesteckt. Was das denn, war aber Erinnerungsgissen? Merke dir angezeigten Zutaten. Wenn du alle gesammelt hast, bringe sie den Kochtopf und punktes verhalten. Seht ihr was denn? Hä? Wo bin ich? Jungs? Wo habt ihr euch angezeigt, was rein soll? Doch, in der Mitte steht's. Nein. Wo in der Mitte steht gar nichts? Oben in der Mitte waren zwei Wassermelonen. Ja! Da steht gar nichts. Steht jetzt noch was bei euch? Nein. Noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Nein, das sind nichts. Eins. Eins. Acht. Sieben. Passt eins da. Links. Ich muss links lern, glaube ich. Links. Links musst du. Rechts. Dass sich sowas völlig leuchtet. Oh. Rechts. Hättest du doch getauscht. Oh. Kreis. Du weißt, was ich da gemacht hätte? Einfach aufgetauscht, wo ich eigentlich hinter dir stehe. Mal links. Da kommt's nicht ran. Von oben. Großitems. Ein Geschenk. Ja, ein Geschenk ist geil. Nein. Nein. Er kann sich, wenn er Glück hat, direkt hin teleportieren. Ach. Okay, er kann das spielen. Ozu. Oh nein. Ozu. Oh nein. Ach, Digga, muss er auch noch die richtige Taste drücken? Ja, ja. Oh, so ziehe ich euch ab, Digga. Mutet sich. Was ist denn weh? Ich hab' Tryon. Mein Game is bugged. Ich sehe Tastatursachen, aber ich kann weder Tastatur noch Controller benutzen. Also ich seh WASD, aber WASD funktioniert nicht und das soll ich bei Controler das Equivalente machen jetzt auch nicht Equivalente? Dann geht das, sieben Sekunden noch Ah jetzt gehts, ja jetzt gehts, oh du willst dich verarschen Oh Matt Junge Ich musste raus haben und dann ging's Matt wir haben keins gemisst Ah wir kriegen euch Ich hab mehr als Punkt als du Ja ich hab immer zu spät und zu früh gedrückt Digga ich hatte miese Probleme, weil meine Farben halt einfach anders sind Ja bitte 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 Dreckskantus Wait Digga da bin ich schon so nah und dann krieg ich ne 1 oder was McBloodius Wir haben sich halt die vierte Spiel Du weißt schon dass ich gleich davor bin weißt du wo ich die kühle 8 mal in die Luft springen kann Das ist nukleare Waffen-Arsenal Digga Ok komm Arcade 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 Schickt der? Das schon? Bin zu Arcade Oh nein die Mini Wir haben... Wir haben uns weggeballert Wir sind rot Wir sind rot Ach nein Oh doch Bin ich Harry Potter oder was? Was ist denn Scheiß? Ich baller einfach den weg wie er als nächstes vor der Truhe steht Ey nein Ich bin da Ja Ja Huiui Hex Hex Ich hätt mir Haarzeit machen müssen Warum seh ich euch das Fakten so ab Alter Hab ich gerade schon Ok ich sehe sie mich aber an meinem Cape zum Glück Oh mein Gott Ich dachte ich brauch mich nicht wenn ich... Ich auch nicht Hex du darfst ja Drecks Wie geht das schon flöten Alter Warte kurz Ich sehe nichts weil ihr zu fett seid Das ist doch so Trash Das ist doch so Trash Jaaaa Ich war noch drinnen Hä warum spielst du noch mit? Du spielst allein Junge Du kannst nicht spielen Bis du stirbst Wichtig Ey Überlebe mindestens 50 Sekunden in flinker Flug Danke Steam Danke Danke Steam Du hast alle insrespected Ah warte mal ich versuch's mal Oh Dann hab ich aber noch nen Würfel weißt du Oh Nein 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 ich geh online Du kannst ja nach unten Achso Ey Du hast meine Kaktussi mitgenommen Also wenn ich das jetzt hier hinbekomme Bitte eine Eins Bitte eine Eins Jaaaa Fickt euch doch alle ins Knie Kreis Kreis drunter Ja komm Ey pat auf die Kuh ist jetzt hinter deine Digga Oh Gott im Himmel Digga Bruder wo ist das? Das ist komplett am Arsch der Welt Alex hey Let's go Oh Actually Das reicht nicht Er ist 2 davor Actually ich glaub Sicher? Nein es reicht es reicht Ja okay mit so vielen Leuten ist es schon wahrscheinlicher dass man da mal Ich spiel mich gar nicht Ich spiel mich gar nicht Ich spiel mich gar nicht Aber ich vergesse das Alex mitspielt der ganze Zeit Danke Digga Geht's der dritte Schimmer Ja ich bin immer noch Erster Ich rieche dran unten Oh Wait Ist das nicht einfach von Matt? Oh nein Nicht das Digga Ich krieg Geld schon ab Es wird immer schneller zum nach oben hin Es wird immer schneller nach oben hin Es wird immer schneller nach oben hin Hey Luz Hier staust du oben und sie auch noch Leute Wo bin ich? Verpiss dich Matt Ja Verpiss dich Digga Nein 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 Du Ficker Nein 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 Oh Gott Nein Oh Gott Ist das doch alle A und Chinas Letzte? Guck dich mal an Digga der ganz rechts hat Das ist doch der Daniel Ich bin fertig Ne ach Daniel du Aufschloch Du hast mit dem roten los oben Das ist für dich Digga Das ist nur der rote und der gebaut Der Chinesische Mauer nachgebaut Der Blau war aber ein Schwach Das ist ein Mittelfinger Das ist echt ein Mittelfinger Ja Achso Digga Ja Jetzt habe ich das Game verstanden Scheiß drauf Was? Du musst alles voll machen oder was? Ja Digga Alles gut bei dir? Ja Die Kaktussi 9 9 9 Ach wirklich Kaktussi Ey wollt ihr euch zusammenstellen oder wie? Was geht Digga Zwei Kacke in die Wande Daniel ist so richtig wichtig Wer das Ding Spiel gewinnt Ja Rackingball hat doch so Bitte bitte wichtig Wichtiges Spiel Oh nein oh nein oh nein oh nein Doch nein Digga Was ist das denn? Jump und Double Jump Oh das hättest du nicht sagen sollen Dass man Double Jumpen könnte Und so Das steht da doch Ja das hättest du nicht sagen sollen Halt doch meine Maul Ich wollte sogar noch fragen wie hoch Alter ich hab grad auf den Blauen geguckt Aus irgendwelchen Gründen Nein Kann Könnt ihr aufhören in mir zu stehen? Wie wächst das? Hahahaha 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 Ach Wollen wir schwer? Ah jetzt Halt auf dein Maul Du Klingel Hahahaha Hahahaha Er muss da sogar Double Jumpen Ja Achso ok Ich bin einmal noch gesprungen Später Ich mein diesen Oh Ja 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 Superior Daniel Hahahaha 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 Gewinnen dein erstes Mittelspiel Dann bin ich So Jungs Damit Ein Benefliker war durch jetzt Ja mach ich jetzt auch Hahahaha Nein Nein die haben Die haben ne Kaktussi Der nimmt die Kakti hin Hahahaha Bamiol Höh? Ich hab nur da eingehittet Schade Ich hab nur da eingehittet Ich hab nur da eine Null Ist eine Null wirklich für Fitte? Ja 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 die war auf dem Verlachtel 1 plus 9 1 plus 9 Ja aber die ist auf dem Wörfel Erziele dein erstes Tor Was? Auf dem Wörfel Oh Daniel Ihr könnt da nicht mehr hin ne Ihr seid von da gekommen Danke dass du es dir nochmal erläutert hast Ich glaub das war dir nicht bewusst Hahahaha Egal ich hab noch Ich hab alles mit dir Hau in die Aubergine rein Digga Digga ich hab dir nichts getan Wirklich Wirklich eh Digga du bist so ein Reutiger Ey Daniel Daniel Er kommt da auch nicht mal hin Er ist oben auf dem Weg Boah Boah Brief angefangen du kriegst Brief Ich hoffe du verreckst Digga Digga Einfach einfach Boah Digga Warte ist das mir voll geholfen Ja Du willst keiner runter Ja Aber Danny kann sich die Kiste nicht leisten Wie viel braucht man denn? 12 Use a variety of weapons to fight to the death in the third person shooter Junge Player with the most kills win Wait Das ist einfach Dings Wie heißt das komische Spiel da? Quake ist das einfach Muss ich da jetzt ne Ja dann geh ich jetzt Maus und Tastatur rein Fickt euch doch Ja ich auch Was ist das denn das alter Abschickt euch doch Jungs Ich zeig euch jetzt wenn wir im third person spielt Wer ist da neben mir Ey machen wir chill Machen wir chill Machen wir chill Machen wir chill Schill, chill, chill, chill Ich muss meine ten so einstellen T Ey ich hab ne Shotgun Ey, ich hab den Shotgun! ARMET! Hör auf! Ja, Digga, du spielst mit dem Ausdruck, das ist ein Todesstück-Scheiße! Ja! Der ist nämlich weg aus Afghanistan! Ey, wer ist da zu? Ey, wer bist du denn? Wer bist du? Deine Mutter! Get the fuck out! Okay, Benne! Digga, es macht so viel Spaß, Digga, wirklich! Oh Gott, warum ging der denn? Fick dich wirklich, ja, fick dich! Au! Da war ich hier auch gesammelt darunter! Also wirklich, Benne ist nur ein Stück Scheiße! Warum? Digga, jetzt sind wir vier Leute hier! Benne ist aber ein Stück rot, also wirklich! Oh, bin da runtergefallen! Was für der Sniper! Ich bin voll ganz oben! Ah, lol! Digga, wie da oben steht, der Schwanz! Ey, was? Ich bin ein One-Shot? Das ist doch so schön, immer zu treffen, Junge! Also das ist so unfair, den ihr spotten, den ihr da habt, ne? Egal, es hat so viel Spaß gemacht, wirklich! Gesundheit! Cheers! Ich hoffe das auch nie, weil es da war absolut reutig schmeckt! Bitte schießt mir in den Kopf, Skorpi! Nein! Mit der Schrotkar, da bin ich tot! Mal löse mich! Nein, damit doch auch! Damit bist du auch tot! Damit? Oh! Damit? Ja, er spott jetzt bei der Kiste! Kann wer TP'n? Ja, ich und Fat Red können TP'n! Ja, Benne hat auch einen TP'n! Benne hat auch einen TP'n! Benne hat auch einen TP'n! Benne hat auch einen TP! Digga, er hängt im Baum! Hahaha! Irgendwann kann der fucking nichts! Junge, das sieht aus, dass er sich da hangen! Wait! Er ist gar nicht in der Nähe! Was hast du für'n scheiß Weglaufen, du Opfer! Haha! Jetzt haben wir seinen eigenen Scheiß wieder gewählt! Ne, das war die von Danny! Uuuuuhm! Wer ist da unten? Ach ne, der ist nur da noch! Ja genau! Ja das! Der stimmt, muss doch an die vierze sterben! Der muss den vierze sterben! Hä? Hahaha! Was ist denn da vor? Das Geschenk! Das Geschenk ist halt richtig arrangy! Was ist das? Housing Hunting! Digga, was ist denn das? Die sind auch einzeln gespawnt, oder? Ja! Ne, ich bin neben dir! Ach, das ist wieder Battle gefühlt! Aber, das ist von oben ne Kamera, oder nicht? Ja! Da! Da! Warum hast du kein Damage? Weil ich der Boss bin! Au! Achso! Ey! Benne! Stopp! Nein, nein! Verpiss dich! Chill, 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 chill! Ey, Digga! Ich will einmal länger leben als jeder andere! Was ist der P90? Ich... Alter, Fehler! Achso! Ich... 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 Danke! Hä, mit Controllers sind die viel geiler so! Du hast die bekommen, ach! Fick dich doch! Hey! Hey! Scheiß Triad, bitte! Ich... Ey! Ich hab mit dir abstauben wollen! Aber... Aber die Shotgun macht dich Half-Life-Insel, wenn du... Wait! Wieso hab ich wieder die Waffe jetzt? Ficken! Du hast nicht den Kopf drückst, weil du auch den Kopf drückst im ganzen Spiel! Wieso hab ich denn jetzt auf einmal wieder die Schie... Ja! Scheiß-Drecks-Kack-Waffe gehabt? Ja! Vierter bin ich deswegen jetzt! Ne, die Instruction ist man kacke, weißt du! Die Einführung ins Spiel! Ich kam aber, bitte! Bitte, 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 bitte! Bitte, 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 bitte! Ja! Ja! Null! Wisst du jetzt auch wie ich das Spiel nicht mag? Guck, da ist der Null! Ich hab sie genau gesehen! Aber anscheinend gibt's ja keine Null bei einer! Ne, das kostet 40! Muss ich gar nicht! War nochmal knapp! Und weil er gerade gewonnen hat, der Sack Boah, let's go, Jürgen, let's go Shellshock live Ja, Shellshock live, Jürgen, wir brauchen Shellshock live, weil wir das Game hier haben Ja, das ist Shellshock restreamed Ach, Digger, was ist da nichts bei dem? Ich bin direkt tot Hi Wie schieß ich? Es geht ja um High Grounders an dem Spiel Ja, man kann ja einfach Rocket Shack machen Ey, wir müssen zusammenarbeiten, du Wo bin ich hin? Boah, was ist noch dumm eigentlich? Hallo! Nein, chill mal Lass chillen, bis die anderen Ja, ja, lass mal die anderen Lass mal die anderen da unten Ja, okay, wir werden jetzt geschlossen Okay Ja, perfekt Ja, hey! Was ist das denn? Oh, dein Geschenk Das ist gaff, Jürgen Ein Geschenk? Bitte einfach schwarz Oh Mann Minispiele, 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 Minispiele Minispiele, Minispiele, Minispiele Oh, f*** dich doch Jetzt kommen die Null einfach, auch wenn sie es nicht gibt Die Null Ich glaube, ich erzähle schon mal die Null Nein Noch eins Oh, du knapp genug Orange hat wieder eine Trophäe Noch genug Schlüsse für eine Trophäe Yo, dann gucken wir, wer da oben ist Ich hab kein Geld Ich bin arm, Jungs Der Kaktusblock TP Aber du kannst ja nicht TP'n, wenn du Kaktus bist, weißt du, ist das Problem Ach so, was der Scheiße Also doch, also doch, doch Das heißt, du TP'st als letztes und holst dir einfach das nächste Minispiele, um dir ein Kaktus reinzuhauen Spielautomaten Ah ja, da kannst du jemanden 1v1 für den Schüssel Nein, da kannst du 1v1 für den Dingspiel Profil Ich würd Summit nehmen, der hat am meisten Ich würd Summit nehmen Sing Sing, 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 Sing So, Jungs Oh nein, Digga Ey, das ist ja nicht alles Das ist funny Das ist eigentlich schon, aber Ich hab die Steuerung wieder vergessen Ja, aufheben, X werfen Glaub ich Oh, ist das so eine fette Pewie Digga, die Sensi ist voll gefickt Sie ist auch mega hoch Ja, actually Ey, die sind da zu zweit, die Schwänze Ey, Summit, wir sitzen hier auf einem Boot Wir sitzen hier in einem Boot Ja, ich weiß Weg mit dem Scheiß Mach den rechts da weg, mach den links da weg Oh, ihr wollt Ach so, die Team einfach, das ist ja Ich bin nicht Team Ach, Scheiße, Digga Ach, wirklich doch Verdient, Summit, sehr verdient tatsächlich Da brauchst du dich nicht mehr Summit Wieso soll rechtsrum denn eigentlich kürzer sein Eins, zwei, drei, vier, fünf Das können wir gleich lang, oder? Digga, mir fehlt eins Mir fehlt Littrit Ein Vercrackter Verdreckter Zwei Ich hab mich erzählt Drei Ich hab mich gewinnt Digga, nein Jetzt hat der ein Geschenk Der hat echt kein Glück Wer ist blau? Mergolius Hau mich weg, Digga, ich will eh nicht gehen Moll damit Ich werde so hart reinschwitzen ins Minispiel, wie ich noch nie zuvor geschwitzt hab Und dann eine Eins würfeln Oh mein Gott, Tron, let's go Ich bin so drin Zu sechs ist das Crackt, Junge Man, es sind wieder drei Runden, ne? Ich hab mich selber umgebracht Ich hab mich selber umgebracht Ich hab mich selber umgebracht Ich hab mich im Kreis gefahren Nein Ja, nein, das hab ich auch gemacht Die Blinz sind umgeknallt Hä? Hä? Was ist das denn? Mach, 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 mach Mach, mach, mach Sie haben sich einfach gekreuzt Hä? Benne Das ist doch Jungs Oh shit Benne Wer hat Schieze angemacht? Benne, mach bitte Ausmachen Digga, was wollt ihr von mir? Die Aufnahme braucht Mach raus Mach die Cheats aus Easy Anti-Cheat Nein, ich bin so kacke Ich bin jetzt selber gefahren, Digga Daniel ist schon wieder in sein eigenes Ding gefahren Nein, das war ich Digga, das ist knapp, das war Arschknapp So nützlich Ich bin dann Daniel hat Blödenpumpe Ich bin dann Blödenpumpe Ich bin erst mal selber umgebracht Also Fick dich Benne Ich hab jetzt erst rausgefunden, dass du am Rand einfach lang ratzen kannst Oh mein Gott Wie hattest du, Dietangela Es ist ja echt komisch Es ist echt komisch Ja, wirklich Benne, 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 Benne hat durchgefahren Benne hat durchgefahren Ja, ich kann jetzt fliegen, ich kann sowas nicht Yo static Wirklich, Fick euch einfach Ich habe einen Geburtstag kinds miejsc fall runter du miese achte jetzt wollte ich eigentlich wrecking ball nutzen der gas bringt jetzt auch nichts mehr egal dass ich keine 1 gewöhnt habe ich hätte mich glaube ich echt ja hängen gewesen wäre ich schon sehr ablacher gewesen ist ja auch einfach und eine wisse auf 1 1 lasst das hier hier so das kippt ja gleich nein bitte nicht bitte nein ja was liegt da alles das ist meist also kriegt das jetzt wieder ja 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 dass man noch nicht weg gestaltet der online oh nein sie sie sich nicht Alter, da war ich schlecht. Ich bin's in Automat. Tschüss damit. Wir sind schon einfach zu tp'n, Digga. Weil Daniel ist eins davor, ne? Hat wer irgendwas? Wrecking Ball? Können wir alle auf den gehen? Warte, die Frage ist, wer ist da noch dran? Ich will Wrecking Ball. Warte, ich will. Willst du mich ausnehmen? What? Mach Puddle, mach Puddle, mach Puddle, wir sehen das alle. Das andere ist Crossyroll, oder? Ey, das gibt's in Sheldrug Live als Mini-Spiel. Das kann ich. Wie geht das? Kennst du dich Pong? Kennst du auch Pong? Jays, oh was? Digga, es leckt so'n bisschen. Riecht unangenehm. Alles gut, machst du, machst du. Oh oh, vier, drei. Ja okay, Digga. Du kannst deinen letzten Scheiß weggeworfen. Bin geil. Okay, Alter. Komm, Junge. Du hörst dich auf, okay, danke. Der verliert den ja gar nicht. Nein. Fickt euch doch alle, ey. Komm, jetzt die 0, auch wenn es die nicht gibt. 0. 2. 2 auch, schon klappt nur. Digga, es wird immer spannender, Junge, oben rum. Untenrum nicht. Komm bitte, gönn mal. Ey Sam, was hinter dir? Du hast auch zu wenig Schlüssel. Jetzt nimm die Schlüssel mit. Das ist ein Move. Extra letzter geworden im Minispiel, dass ich jetzt beim nächsten erster werde und dann mir das Ding hole. Digga, du hast gerade 40 Schlüssel ausgeführt. Gefühlt, ja. 30 waren's. Jetzt wird reingesweatert ins Minispiel. Was ist das denn? Was ist das denn? Ah, ich kann doch nicht mehr pannen. Tätiknarre. Was ist die jetzt? Das haben wir kein Double Jumpen. Ja, ich hab's gerade auch gesehen. Warum treffe ich ihn nicht? Ey! Yo! Wie schnell war ich tot? Das ist Wunten, wenn ich die sehe. Scheiße, Digga. Was habt ihr alle für kranke Verstecke? Da wollen wir mal rein gehen. Das ist also, das ist... Nein, also jeder hat ein krankes Versteck. Auf! Ich wach noch gar nicht. Achso, Digga. Au! Ich bin jetzt runtergegangen, Digga. Was für ein Scheiß. Kein Benne. Digga, ich war ganz oben zwischen den Büchern. Ach komm, Daniel, Digga. Ganz ehrlich. Sei doch mal besser. Ich war ganz... Ja, Daumen runter, Junge. Scheiß doch die Wand an. Ey Benne, ich war ganz oben auf dem Regal zwischen den letzten Büchern. War was du keine Rakete genutzt? Weil ich dumm bin. Ich hab vergessen, was ich jetzt... Weil ich dumm bin. Ch, 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 ch. Wir müssen jetzt erst jeden durchhalten hier. Ja, auch mal Rakete, Digga. Zehnhundert Meter weg, Digga. Zehnhundert. Hes ehrlich, wem macht dieses Spiel Spaß? Digga. Hättest du mich mal nicht angelasert? Ich war ab da unten gechillt. Alter, du bist am Start, Junge. Ja. Start, Zielsieg. Och, Digga, nein. Ich würde sagen, er hat noch mal ein Glück. Mepp, 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 mepp. Nein! Ich hab's mir selber versaut. Ich hab's mir selber versaut. Ich hab's mir selber versaut. Also, ich gönn's ihm. Komm, jetzt die Null. Null, Null, Teleporter. Schade. B? Nee. Ja, ist okay. F? Ich hab's prediktet. Der letzte Jahr bestimmt. Nein, hä? Wir können ja nicht lange. Mach, mach, mach Rack'n'Ball of Summons. Ich hab auch noch ne Aubergine. Also, warum teamt ihr denn? Ihr seid beide über mir fast. Warum teamst du mit Battle? Der Typ, gewinnt das gerade. Hauptsache, du gewinnst nicht. Okay, alles auf Fat Red? Kann ich auch probieren. Ja, ja, ich wollte dich für die nächste Kiste absetten. Danke, danke. Ja, ja. Vielleicht hast du ja irgendwie... Nein, das stimmt. Bei Leuten mit schlechtem PC können das eventuell lenken. Ah, danke. Und wenn du das findest, kriegst du direkt 10 Dias oder so. Ist Controller besser oder brauchst du eine Tastatur? Ist die Scheißegal. Ich glaub, das ist echt egal bei dem Game. Ich mein, du musst ja basically nicht helfen. Achso, man muss da hin. Hä, wie langsam sauge ich? Ja, man saugt nicht so besonders schnell. Ne, irgendwer hat... Meins? Ich hab ja irgendeinem anderen abgesnackt. Wie kann... Muss ich ne Taste drücken was für Kollegen? Ne, einfach reinlaufen. Ne, einfach reinlaufen. Ja! Verpiss dich mal aus mir, du hässiger blauer Schlumpf! Ich komm hier nicht mehr hoch! Wer hat uns gespielt, welcher Wichser? Ach, Mann! Ja! Medikit, Junge! Nein, nein! Probier's gar nicht erst! Du verdreckte Sau! Okay, ich nutze mein Wreckingball. Ey, der war gerade... Nein, 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 der war gerade... Oh nein! Irgendwieso? Bitte, 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 bitte! Bitte! Ja! Ja! Nein, nein! Nein, nein, nein! Wie viel hättest du gebraucht? Sieht nicht gut aus, oder? Die Medikit ist fit. Die Medikit ist 1. Haben wir zufällig 3 Wreckingballs? Oh mein Gott! Haben wir 3 Wreckingballs? Zufällig? Bums erster! Hört nicht auf ihn! Er wird sich einfach im Arsch bumsen! Nein! Er hat 90 Schlüssel! Ich bin... Ich bin 3! Mein Feind Nummer 1 ist der Nummer 1! Nein! 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 Ja! Let's go, Scoppy! Das war's! Scoppy, Scoppy! Ich hab dich extra zurückgesetzt, für die Confidence und die Leben! Ja, Digga! Benjo! Alex! Digga! Coming in Clutch! Ja! Du musst doch mal den Weg machen, Digga! Coming in Clutch, Digga! Ja, so jetzt kann ich auf K gehen! Nice! Digga! Drei Kiste! Ich bete, das hätte echt funktioniert, ne? Ja! Hier, easy! So! Also wenn du jetzt nicht schießt, ne? Oder Magneten vielleicht? Ich spawne jetzt näher, bestimmt hoffentlich! Nein, nein! Ich kann so weit weg wie möglich! Ja, so weit weg wie möglich! Spawne schon! Ja, dreistellig! Nein! Wart mal! Ja! Jetzt kriegt er das Waffen-Arsen! Daniel! 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 Das war alles im Plan, dass du jetzt summits! Dass du summits! Er hat hundert Schlüssel, Jungs! Jungs! Ich bin Robin Hood! Ich verteile die Schlüssel an die Armen! Kommt her! Ja! Ich bin arm! Mit einer Rakete kannst du Bälle aufspießen! Wenn du das machst, Digga! Dann ficke ich dich weg! Ich hab noch so viele Items, um dich zu ficken! Alles klar! Dann kommt die Rakete! Denk da! Du hast LVP, ne? Boah, Fehler! Du hast LVP! Okay! I wanna be so strong! Er kommt dir so die Racking, weil du deine Arsch noch unten gehst! Sämtliche andere Sachen! Hoffentlich würfelst du ne Eins, Digga, und wirst gefickt! Ja! So nämlich! Danke! Ich brauch Geld! Ja, ja! Easy! Und jetzt Arsenal! Arsenal! Bitte! Atombombe auf Banjo! Ich küsse dein Herz! Oh nein! Oh nein! Wenn du dein Spiel hast, dein Kopf auch groß und so war das nicht das? Bitte! Atombombe auf Banjo! Was willst du denn von mir, Junge? Oh, nicht das Geld! Oh ja, das ist genau so schlimm! Wie komm ich da hoch? Wie komm ich da hoch? Hier hat's in dem Container drin! Nee, Digga! Hey! Gibt es doch dem anderen, der da gerade rauskam, du Loser! Wer hat das Ding? Wer hat das Ding? Wer hat das Ding? Die ganze Zeit aber selbst! Der lebt Eier! Nein! Verpisst dich! Hey, was hast du denn für ne Range, du fucking... Easy! Ich will nichts sagen! Verpisst dich! Geh doch auf die anderen, du Rehards! Geh doch auf die anderen, du Rehards! Ja, guten Nacht, Danny! Eee! Hey! Bomba Wo bin ich? Du weißt, du weißt, du weißt, du weißt, du weißt, du weißt Ich hab mich getroffen Nein, du Arschkopf Ey, ich kenne dir genug und du gehst auf Nähe Weg mit den schwarzen Nights Das ist doch Scam, wie viele Rage es hat, ich lage mich zu zählen Ich lage mich zu zählen Ich lage mich zu zählen Der Wutelige Der fisch war als wenn du darfst, ich hab auch schneller geholt Ah, es piepst! Jaaah Es piepst I came in like a wrecking ball Ich ramne mir jetzt erstmal die Rakete wieder in den Arsch Als Rache Ich wollte eh nicht sterben, vor dem Sohn Ah Nimm das zurück, du Nuttenkopf Ah, guck mal! Hm, was würfel ich denn jetzt? Null Hoffentlich nichts Uran Ich glaube, das gehört ja Karten Längst schon, dass Scorpy gleich gewonnen hat, ne? Eigentlich Scorpy Egal, also... Jaaah Nein, chill mal! Ich hab keinen Kies Ich hab keinen Kies Der hat Teleport, der hat Ice Ja, jaa Ich hab keinen Teleport Er hat gleich radioaktive Verseuchung Ist das was stirbt, oder? Jaaah Ich kill mich selbst Es geht Schmeiß doch einfach in die Mütte zwischen uns Schmeiß den rechts an Ich dodge das Ich dodge das Ich dodge das Ich dodge das Du bist so ein Pfeilfett Big brain Digga, ich seh aus, alter wie der größte... Schnell vor, das hast du jetzt auch noch Das nächste Rhythm-Ga- Hallo? Hallo? Äh, da wo der Pfeil hingeht Da wo der Pfeil hingeht Da wo der Pfeil hingeht Also jetzt einmal nach links Dann gehst du einmal nach links Weißt du, wo bin ich überhaupt? Wo bin ich? Ich hab nicht gesehen, wo ich bin, Jungs Ich hab's nicht gesehen Achso, okay, ich verstehe Ich weiß gar nicht, wo ich bin Sind wir jetzt raus? Ja, wir sind dort Ja, geil Auf Erklärung hin Ich dachte man muss direkt überall hinlaufen Achso, ich weiß auch Ich muss erst mal mein Feld suchen Du bist dabei Ich weiß auch Digga, jetzt hab ich das Game Ich lieg nirgendwo Ich bin am Anfang fast verrackt Weil ich nicht gerafft hat, dass man... Äh... Ich wusste auch gar nicht, wo ich bin Ich auch nicht Ich hab gestorben Ihr Jungs habt nicht aufgepasst Das ist ein richtiger Banger Halt's wohl Halt's wohl Oben, links, rechts Oben, unten, 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 links, rechts Oben, links, oben Nicht links, rechts, rechts Und, 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 und... D sanctum ist echt schuldig Ich hab verkackt, ich hab verkackt Ah, doch nicht noch Links, rechts, rechts Ich glaube an das Herz der Karten, außer ich verreck jetzt an Aids oder so. Scheiß drauf, mir fehlt, nein mir fehlt kein Schlüssel, okay. Na fuuuuck, Jus, das Item geht nicht, hallo, stimmt was du Aids hast, oh mein fucking Gott Junge, ich hasse euch, denke was habe ich für riesen Pranken auch, ich weiß nicht, wir haben das Helder, warum kannst du nichts machen gefühlt, ach ne, jetzt hat Matt das, Ich hab's nicht zwingt, komm ne 1 oder ne 2, aufsüßt, 2, 2, 1, weißt du was das geile, komm wie viel Schlüssel verlierst du, ah, 6, 6 Schlüssel, das ist ja nichts, ach ne, was ist das für ein, für ein, äh, du musst deine Krankheit spreaden game, wieso muss man denn mit rechts, äh, ah mit links, äh, das stand voll falsch, Nicht für ein Billard Profi, ich seh mich nicht, fick den, fick den dein Eck, oh, was ist wenn ich weg bin, okay, oh, Junge, zu, ich treff nicht mal, wenn ich normal ziele, Junge, ah, jetzt hat, hey, du Arschkopf, ey, warum kann ich wavetashen, guck dir das doch an, Nur eine Kugel, oder? Ne, 2, 2 noch, ach man, nein, nein, du Arsch, ey, du bist die letzte, ne, ja, nein, 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 wie viele 4 haben, wie viele 4 haben, wie viele 4, ey, samt Matt, ich bin jetzt Profi, Er ist jetzt erstes dran, yooo, hier bin ich als 4., ob ich Azivar auf dem euerster bin, ey, Irgendwann, hast du ein Wrackingball, oder so, Digga, ich habe eine, oh mein Gott, jetzt ist es, Oh mein Gott,形, Links, Ubergine, Links, Rump, Ubergine, Links, Rump, Lex mich, Ubergine, Leck mich, Ubergine, Ich glaube, das Herz der Karten, Sauf, sauf, sauf. Let's go', das ist es. Er hat gerecht, 80s video, ich bin doch halt, vorhin, ich bin extra bei tron vorhin, ich bin bei tron extra vorhin durch, die Linien gefahren. dass ich gewinne man ist nicht in den top 3 wie cringe ist das fett boom das ist das beste ich glaube das ganze spiel wird zurückgehen wir spielen eineinhalb stunden oder 1 stunden 50 minuten ja man geht ja unsere special awards damit ach scheiße ja gewinne dein erstes spiel du bist der gewinner danke steam ich habe immer an mich geglaubt guck wie ich das spiel mit so ne der case hat er so können wir noch rumlaufen ah du opfer richtig schlagen au